Das heutige Horoskop, Krebs, 16. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Die Sonne ist angekommen und Sie haben definitiv gespürt, wie sie sich einen ganzen Monat lang eingeschlichen hat. Alle Finsternisse dauern genau einen Monat vor und nach dem Tag. Da es im Sternzeichen Waage stattfindet, werden alle Partnerschaftsangelegenheiten auf kollektiver Ebene in den Fokus gerückt. Es wird jetzt viel einfacher sein, im Team zu arbeiten und Harmonie in Ihren Beziehungen zu finden. Wir neigen dazu, direkte Konflikte zu vermeiden, wenn es dazu kommt, können aber eventuelle Unstimmigkeiten glätten, wenn es in einer wichtigen Partnerschaft zu Herausforderungen gekommen ist. Erwarte das Unerwartete. Ein neuer Zyklus beginnt heute während des ringförmigen Neumonds in der Sonne in der Waage. Da Sonnenfinsternisse mit schicksalhaften, aber unvorhersehbaren Ereignissen zusammenfallen, ist es möglicherweise am besten, davon Abstand zu nehmen, Absichten zu manifestieren oder festzulegen. Vor diesem Hintergrund sollten Sie wissen, dass Sie in einen sechsmonatigen Zyklus eintreten, der die Entwicklung Ihres Privatlebens, Ihrer Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie Ihrer Familie beeinflussen wird. Die nächsten sechs Monate könnten Ihre Aufgabe sein, herauszufinden, was Sie priorisieren müssen, seien es Ihre beruflichen oder Ihre persönlichen Ziele, und dabei gleichzeitig das Gleichgewicht zu wahren. Sechs Tage nachdem Venus, der Planet des Geldes, seinen epischen viermonatigen Besuch in ihrem Einkommenssektor beendet hat, erreicht der Asteroid Juno, die Königin des Engagements, hier nicht nur ihr letztes Wochenende, sondern ihr Abgang. In drei Tagen wird auch alle Planetenaktivitäten auf der Einkommensseite beenden, der Finanzzaun. Bis dahin arbeitet Juno daran, Ihnen etwas zu hinterlassen, dem Sie sich weiterhin widmen können, sowie eine enorme Dynamik und ungenutztes Einkommenspotenzial. Sie haben ein Händchen dafür, Befriedigung hinaus zu zögern. Es ist auch bekannt, dass Sie große Ungeduld an den Tag legen, insbesondere mit sich selbst. Die Planetenenergie ermutigt Sie, sich auf Ihre Stärke zu konzentrieren und danach zu streben, eine Welt des Gleichgewichts um Sie herum zu schaffen. Engagement ist der Schlüssel zum Erfolg, und Sie müssen sich zu einem gesunden körperlichen Leben verpflichten, um im Großen und Ganzen Gleichgewicht und Harmonie zu erreichen. Es geht nicht um Verleugnung, es geht darum, alles zu bekommen, was Sie wollen. Der heutige Tag wird positiv verlaufen, insbesondere im Hinblick auf Ihre Beziehungen. Sie können dies nutzen, um eine enge Bindung zu jemandem aus Ihrer Familie oder Ihren Freunden aufzubauen. Beeilen Sie sich jedoch nicht, derjenige zu sein, der den ersten Schritt macht, denn die heutigen Schwingungen zeigen, dass Sie diejenigen, die Ihnen nahestehen, zuerst handeln lassen sollten. Versuchen Sie außerdem, die Projekte, die Sie mit anderen haben, voranzubringen und Standpunkte mit denen auszutauschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, ohne jedoch Ihre Pläne radikal zu ändern. Ein besserer Zuhörer zu sein bedeutet nicht, die eigene Meinung zu ändern. Bei perfektem Timing ist es so, dass ein freundlicher Aspekt zwischen Mars in seinen frühen Tagen in einem spielerischen und kreativen Teil Ihres Horoskops auftritt, während die Vorbereitungen für den morgigen Neumond bereits Druck auf Ihre Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ausüben und Saturn in rückläufiger Bewegung in einem abenteuerlichen Teilgipfel. Dies geschieht genau zu dem Zeitpunkt, als Saturn seine letzten drei Wochen in rückläufiger Bewegung beginnt und die Türen für die Vergangenheit und zweite Chancen noch offen sind. Dadurch werden viele Ressourcen auf die spielerische, kreative und abenteuerliche Seite des Lebens gelenkt. Erst jetzt, zwei Tage nach der Rückkehr in Ihren romantischen Sektor, erreicht der freundliche Aspekt des Mars gegenüber Saturn in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops seinen Höhepunkt. Vor seinem Abgang im nächsten Monat wird der Mars den gleichen Aspekt wie der verträumte Neptun einnehmen, wobei die heutige Mischung aus Nostalgie, Romantik, Leidenschaft und Abenteuer dazu beiträgt, die romantischsten Monate des Jahres 2023 kraftvoll zu beginnen. Täglicher Planetenüberblick Die heutige Sonnenfinsternis in der Waage markiert ein entscheidendes Himmelserreignis. Diese Sonnenfinsternis bietet eine einzigartige Gelegenheit, unsere Verbindungen zu anderen zu vertiefen und das bezaubernde Reich der Romantik zu genießen. Egal, ob Sie sich auf Ihre persönlichen Bemühungen konzentrieren oder sich um Herzensangelegenheiten kümmern, diese Sonnenfinsternis hat die Kraft, die Art und Weise zu verbessern, wie Sie die Menschen um Sie herum wahrnehmen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, Menschen durch die Linse Ihres gewünschten zukünftigen Weges zu betrachten und so durchdachte Entscheidungen über Ihre Rolle in Ihrem Leben zu treffen. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn die Neigung, sich energisch durchzusetzen, kann im Umgang mit anderen unbeabsichtigt einen negativen Eindruck hervorrufen. Bemühen Sie sich, diesen Drang zu zübeln, denn Ihr Selbstvertrauen und Ihr Scham können von einem Hauch von Einbildung und Unzugänglichkeit überschattet werden. Um erfolgreiche Kontakte zu knüpfen, ist es wichtig, ein ausgeglichenes und zugängliches Auftreten beizubehalten. Im Finanzbereich navigieren Sie heute mit Ihrem gewohnten Geschick und Ihrer gewohnten Finesse. Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um verschiedene Investitionsmöglichkeiten zu erkunden. Eine brillante Idee könnte den Weg für eine erfolgreiche Zukunft ebnen. Auch wenn Sie nur auf Schnäppchenjagd sind, hilft Ihnen Ihr scharfsinniges Auge dabei, die Spreu vom Weizen zu trennen. Zögern Sie nicht, diese Chancen zu ergreifen, bevor andere es tun. Während wir eine günstige Übereinstimmung zwischen Mars, der in Ihrem Heim- und Familiensektor residiert, und Saturn, der sich derzeit in Ihrem Finanzsektor im Rückschritt befindet, beobachten, keimt in beiden Bereichen Ihres Lebens ein neu entdecktes Gefühl von Selbstvertrauen und Selbstbestimmung auf. Gleichzeitig weckt Venus an Ihrem ersten Wochenende in Ihrem Einkommensbereich eine neue Welle des Vertrauens und der Vorfreude, nicht nur in Bezug auf Ihre Einkommensaussichten, sondern auch in Ihre Karriere und Arbeitsbemühungen. Diese himmlische Konfiguration verspricht eine harmonische Mischung aus persönlichem und finanziellem Wachstum und macht es zu einem günstigen Zeitpunkt, Ihren zukünftigen Weg zu gestalten, Ihre Verbindungen zu stärken und Ihr finanzielles Wohlergehen zu maximieren. Himmel für heute Während Venus, der Planet, der mit Reichtum und Finanzen in Verbindung gebracht wird, ihr erstes Wochenende in Ihrem Karrierebereich beginnt, findet ein weiteres bedeutendes himmlisches Ereignis statt, Pluto beginnt sein erstes Wochenende in direkter Bewegung in Ihrem Einkommensbereich. Diese Synchronicität ist kein Zufall, es ist eine kosmische Ausrichtung, die grünes Licht für das Einkommenspotenzial signaliert, genau zu dem Zeitpunkt, an dem Venus zurückkehrt, um Ihr berufliches Selbstvertrauen zu stärken, Chancen zu nutzen und Ihnen den Weg zu größeren finanziellen Belohnungen zu ebnen. Obwohl Venus und Pluto erst in den ersten Tagen des kommenden Monats offiziell einen freundschaftlichen Aspekt bilden werden, harmonieren Ihre Energien bereits und legen auf subtile Weise den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Erst vor einer kurzen Woche beendete Venus, die Finanzinfluencerin, ihren Aufenthalt in ihrem Finanzsektor und übergab die Fackel an Juno, den Asteroiden, der Engagement symbolisiert, die sich nun in den letzten Zügen ihrer Zeit hier befindet. Während Plutos kürzliche direkte Verschiebung seine eventuelle Rückkehr in Ihren Einkommensbereich impliziert, liegt der aktuelle Fokus weiterhin auf dem finanziellen Aspekt Ihres Lebens, mit einem Schwerpunkt auf der Partnerschaft mit Juno, um Verpflichtungen zu festigen, die Ihre zukünftigen Unternehmungen prägen werden. Während Pluto sein Eröffnungswochenende in direkter Bewegung in Ihrem Finanzsektor verbringt, scheint er vorübergehend stationär zu sein, doch es gibt bereits ein spürbares Gefühl der Zuversicht für die kommenden Tage. In den kommenden Wochen und Monaten wird Pluto die zuvor unternommenen Schritte zurückverfolgen, diesmal mit dem Wissen, das zuvor schwer fassbar war. Pluto, der Planet der Transformation und Revolution, ermutigt uns nicht nur, in die Zukunft zu blicken, sondern bietet uns auch die Gelegenheit für einen Neuanfang, die Chance, unseren finanziellen Weg zu überdenken und neu zu gestalten.